Was ist die Leberreinigungsmethode? Ich kann es jedem empfehlen, ich sage, jeder, der mal Leberreinigungen macht, sollte dieses Buch lesen. Einfach, damit er es verstanden hat, worum es da geht bei der ganzen Sache. Wie das mit den Emotionen aussieht, mit unseren Gefühlen, warum die Organe eben auch mit unseren Emotionskörper, mit unseren Seelenkörper zu tun haben. Und warum eben Ausstrahlung, das Wort Ausstrahlung, ich strahle etwas aus, in der Kommunikation mit Menschen wichtig ist. Ich meine, wenn mir einer auf der Straße begegnet, gelb unterlaufende Augen, geschwollenes endokrinisches System, dicke Lymphe und so weiter. Das sieht man ja im Gesicht schon mit der Andysiagnostik. Wie soll ich denn den herzlich umarmen und sagen, hey, wie geht es denn jetzt? Das traue ich mir gar nicht, den zu fragen. Und wenn ich ihn frage, sagt er trotzdem noch, ja, mir geht es gut. Hat mich angelogen. Also das stelle ich heute fest. Die Leute sehen so aus, wie sie das, was sie im Supermarkt in ihrem Wagen haben, aussieht. Ja, aber es ist normal. Wieso? Schmeckt doch gut. Ja, das sind zwei Gehirnzellen, die sich für den Geschmack entscheiden. Und die sagen, ja, schmeckt doch aber gut. Und in diesem Trott leben sehr viele Menschen, wie der Frosch im Kochtopf. Kennt ihr diese Geschichte? Der Frosch im Kochtopf, ne? Da gibt es einen Frosch im Kochtopf, den setzt man in kaltes Wasser in den Kochtopf und er wärmt ganz langsam das Wasser. Und der Frosch bleibt sitzen und sitzen und sitzen und sitzen. Bis er in dem kochenden Wasser umkommt. Er hat es irgendwann nicht mehr geschafft, aus dem Kochtopf rauszuspringen. Und dann nimmt man einen Frosch und schmeißt diesen Frosch in dieses heiße Wasser. Der erkennt die Gefahr sofort und zieht raus und springt raus. Er hat sich da vielleicht ein paar kleine Verbrühungen zugezogen, aber er lebt fröhlich weiter. So, und so wie diesen ersten Frosch, so geht es vielen Menschen. Sie kriegen gar nicht mit, dass ihr Leben um sie herum immer wärmer wird. Und sie schaffen es nicht, dieses Leben zu verändern. Also aus diesem Kochtopf mal rauszuspringen und neu zu starten. So, und aus diesem Trott möchte ich gerne, und das ist auch mein Sinn meiner beruflichen Tätigkeit, den Menschen dabei zu helfen, da mal rauszuspringen. Und die Ernährungsreform ist riesig. Da gibt es so viel. Ayurvedische Kost, TCM, da können wir dünsten, backen, braten, frittieren. Wir können Rohkost essen, vegan, AT1010, Raw Till 4. Frutaria, Instinkto, es gibt so viele Ernährungsformen, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Das funktioniert auch am Anfang alles gar nicht so gut. Ich sage immer, die Leute sollen erst mal entgiften. Erst mal den Körper reinigen, bevor sie ihr Leben umstellen. Damit sie erst mal in diesen Transformationsprozess der Leichtigkeit beschwingt durchs Leben gehen können. Und nicht, dass der Geist sagt, ich esse jetzt gesund, aber mein Herz oder mein Ego sagt, das schmeckt doch gar nicht. Doch, es ist gesund, wir essen es jetzt. Es entsteht so viel negative Energie, die euch irgendwann mit Rückfällen so in ein anderes Leben zieht, wie ihr euch dann wieder ein riesen dickes Brot kauft mit viel Käse und diese Rückfälle machen euch krank. Also lieber entspannt, so wie der Körper das in diesem Leben mit dieser Seele schafft. So, und was die Reinigung betrifft, warum ich das als Vorgeschichte erzähle, weil wir festgestellt haben, dass die Leute mit der Rohkost zwar erst mal gesunden, die Schmerzen weggehen und sie in eine tolle Feinstofflichkeit kommen, aber irgendwann geht es nicht mehr weiter. Sie kommen an einen Punkt, wo es nicht mehr weitergeht. Weil der Körper möchte gerne ausscheiden, aber irgendwann kann er nicht mehr, weil die Organe überlastet sind, weil sie durch diese ganze Rohkost viel zu viel Gifte gelöst haben, was ihr Leben, ihr Alltag, ihre Familie, ihr Beruf gar nicht händeln kann. Und deswegen haben wir gesagt, hey, wir müssen uns mehr auf das Detoxen konzentrieren, auf Körperreinigung und den Leuten was Handbaufähiges mitgeben, das jeder anwenden kann, ohne Risiken, ohne Nebenwirkungen, ohne Krankenhaus-Notfall-Operationen und so weiter. Und so ist dann über den Laufe der Jahre unsere Methode entstanden. Also ich sage, wir haben eine relativ natürliche, leicht durchführbare, ohne dass man Urlaub nehmen muss, für jeden umsetzbare Leberreinigung entwickelt, Lebergalle, Darm, die ihr mit ein bisschen Übung sofort umsetzen könnt. Aber wir möchten, dass die Leute einmal zu uns kommen, das einmal richtig lernen. Oder wer die Moritz-Methode kennt und dieses Buch schon ein paar Mal gelesen hat, ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt hingekrammelt habe, hier, Wer da wertiert ist, der kann es auch mit einer Anleitung machen. Aber da braucht es schon zwei, dreimal Praxiserfahrungen, um zu wissen, was hier nicht so gut ist. So, nochmal die Hände hoch. Wer hat die Leberreinigung schon gemacht? Welche Kuren waren das? Moritz, Hulda Clark? Clark, sauer? Ach ja, okay, die Sets. Okay, okay. Clark und sauer? Sauer. Süß, genau. Warum seid ihr hier im Vortrag? Ich bin nicht allein. Ach so, okay. Würde mich jetzt wundern. Ich sage, was ist da los? Braucht man vielleicht ein Reloaden oder so? Ja, manchmal. Okay, ich möchte euch die Kur jetzt vorstellen. Ich brauche ungefähr drei Stunden, um dieses Seminar zu machen. Da drehen die da draußen durch. Ich versuche das jetzt wirklich auf diese 40 Minuten jetzt zu komprimieren. Also entschuldigt mich, wenn ich ein bisschen schneller rede. Also so wie jetzt gerade eben. Ich kann das. Ich muss nur danach mich kurz wieder reloaden mit ein bisschen Sauerstoff. Aber ich kriege das hin. Ich habe ein paar Kugelsen vorher schon getrunken, ein paar Grassefte, ein bisschen Gemüsesaft. Da ist das kein Problem. Ich habe euch Kopien mitgegeben, dass ihr gewisse Sachen zu Hause nachlesen könnt. Und ich reiche euch einfach ein paar Produkte durch. Dann müsst ihr mit mir mitarbeiten, dass diese Unterlagen durchgehen und am Ende einer mir sammelt oder mir vorbringt und einfach wieder hier ablegt. Okay? Also, Leber- und Gallenblasenreinigung. Die Leber. Wo sitzt die Leber? Zeigt mir mal bitte, wo eure Leber sitzt. Rechts, unterm Rippenbogen ist die versteckt. Unter dieser Seite. Die ist geschützt sozusagen. Unter dem Knochengerüst. Und Leber und Herzen sind auf einer Höhe. Die Leber mit der Leberspitze umschließt den Magen. Also der Magen geht dahin da durch. Und die Leber, das ist unser Leben. Wir leben das Leben unserer Leber. Ihr lebt so gut, wie das Leben eurer Leber ist. Ihr seid nur so gut drauf, wie eure Leber aktiv ist. Das sieht man. Das sind Emotionen. Also die schönen Gefühle des Lebens. Freude, Strahlen, Zärtlichkeit, Liebe. Aber alles andere stelle ich heutzutage fest. Negative Emotionen. Ganz viele. Überall. Trauer. Mies gelaunte Menschen. Nur meckern, schimpfen, Quälereien. Was ist denn da los? Dann sage ich mir, was ist denn mit deiner Leber? Sagt der, hä? Dann fahre ich auf der Autobahn. Ich habe einen Land Rover Defender. Der fährt nicht so schnell. 130. Da kannst du nicht so Hakenschlage machen. Da überschlägt sie dich. Da musst du ganz langsam lenken. Schön entspannt. Die Magen und Yang. Dann kommt von hinten ein Mercedes an. Gibt da schon Lichthube. Ich fahre rüber. Dann bremst der noch ab und macht es zu mir so. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe denen nur etwas ausgelöst. Ich habe ihm etwas gespiegelt. Aber er zeigt mir den Finger, weil er ein Leberproblem hat. Ich nicht. Weil ich zeige ihm den Finger nicht zurück. Er hat ein Leberproblem. Er weiß es auch. Weil 10 Minuten später sagt er sich, warum bin ich denn so wütend? Er spürt es nach. Aber in dem Moment musste er mich erst mal so ein bisschen verletzen. Hat aber nicht geschafft. Und so wie dieses Beispiel, so geht es ganz vielen Menschen an. An der Ampel, immer Stress, Hektik, allala. Jetzt erklärt ihr mir mal die negativen Gefühle einer Leber. Das ist ganz wichtig. Los. Macht mir die Augen zu. Was sind denn negative Gefühle oder Worte? Sowas wie Wut. Wut. Groll. Hass. Unruhe. Hektik. Stress. Was haben wir noch? Trauer. Zorn. Fehlendes Einfühlungsvermögen. Fehlende Hingabe. Fehlende Zärtlichkeit. Fehlende Kreativität. Viel Angst. Wenig Mut. Viele Versicherungen. Das ist ein Zeichen von einer schlechten Leber. Das sage ich euch. Weil die haben ja Angst. Die brauchen wir versichern. Der muss mir helfen. Und wenn das passiert, uh, der Nachbar. Das sind solche Geschichten. Aber wir brauchen uns mit den schlechten Sachen nicht beschäftigen. Was sind denn die schönen Emotionen einer Leber? Woran erkennt man denn bei Menschen, dass eine klare, gut funktionierende Leber geilen Stoffwechselsystem hat? Ausstrahlung. Lebensfreude. Klarheit. Leuchtende Augen. Klares Augeneiweiß zum Beispiel. Kraft. Ausdauer. Der kommt nicht von der Arbeit heim und ist müde. Der sagt, hey, was machen wir denn heute noch? Ein bisschen Yoga. Ein bisschen spazieren gehen. Was noch? Männer, die sich auch mal auf ein Vorspiel einlassen. Und nicht diese Hobbelhase-Hans-Geschichten, die einfach drauf springen wie so ein Hase, sich abruppeln und dann umfallen. Die Frau kann nicht mal mehr Gute Nacht sagen. Ja, schläft er schon. Habt ihr schon mal gesehen, wie Hasen rammeln? Ja? Der kriegt riesige Augen, springt drauf, kreilt sich fest, ne? Die Frau Hase sagt, was ist denn das? Ja? Der fällt um und die Frau Hase sagt, oh mein Gott, was war denn das jetzt? Ja? Und der Hase ist tot. Das ist Zorn. Das ist Übersäuerung. Das ist das, warum die Pornografie heutzutage so lebt. Warum diese ganze Prostitution so viel Geld verdient. Weil die Männer so übersäuert sind. Und die Männer sind geschlechtlich im Außen. Dass sie ihre ganzen Frustrationen immer durch ein Ejakulat nach außen bringen müssen. Die Frauen sind geschlechtlich nach innen gebaut. Deswegen Mann und Frau passen schon gut zusammen. Ich weiß nicht, warum die Frau immer am Abend Sex will und der Mann am Morgen. Da hat sich der liebe Gott wahrscheinlich ein bisschen Zündstoff geleistet. Dass die sich ein bisschen besser unterhalten. Aber anders kann ich mir nicht vorstellen. Nur, es ist halt so, wenn die Männer entsäuert werden. Ja? Mehr in die Basen kommen. Dann wird es sich auch mehr Entspannung. Dann würden sie in die blöden Wörter nicht mal gleich rausbrüllen, sondern mal drüber nachdenken. Ja? Die Frauen sind ja so, die nehmen sich die Wörter ja an und führen die nach innen. Weil sie ja geschlechtlich nach innen gebaut sind. Und sie suchen immer die Selbstschuld in sich. Deswegen leidet eine Frau immer in der Beziehung. Ein Mann nach der Beziehung. Ja? Die Frau hat dann schon einen neuen Schall, neue Mütze. Sie hat dann schon einen Sitz im Café, langt einen neuen Mann kennen und sagt, du, ich habe einen neuen Mann, tut mir echt leid. Da sagt er, was ist los? Oh mein Gott, Kiste Bier und dann fällt er erstmal in sein Traumata. Das geht ganz oft so. Vielleicht kennt er das. Ja? Die, die lachen, ja? Die kennen das am meisten. Das ist ganz oft so. Aber das hat eben auch was mit unserem Stoffwechsel zu tun. Da, wo wir gerade stehen. Und es hat auch was mit unserer Leber zu tun. Weil da würde der Mann schon eher erkennen, wenn er was versaut. Du wirst es verlassen, wenn du verlässt. Das haben die vorher schon gemacht. Das kann aber auch andersgeschlechtlich so sein. Aber das sind alles unsere Emotionen unserer Leber. Und es gibt noch mehr schöne Emotionen. Kreativität. Künstlerisches Gestalten. Ausgleich. Dass die Leute viel machen, aber sich auch den Ausgleich gönnen. Dass der Körper gut funktioniert. Dass sie einen guten Stuhlgang haben. Dass sie kraftvoll mit Ausschreibung durchs Leben gehen. Wenig Versicherungen haben. Viel Mut haben. Sich nicht alles gefallen lassen. Was ist naheliegend, wenn es eine Methode gibt, die funktioniert, wo man reinigen kann. Und ich kann die Leber und die Galle reinigen, ohne dass ich denen ein ganzes Leben verändern muss. Was entsteht? Mehr Energie. Mehr Klarheit. Mehr Leichtigkeit. Und eine Transformation, die die Leute händeln können, weil sie ihr ganz normales Leben weitermachen können. Und darum geht es. Deswegen gebe ich euch jetzt mal eine Unterlage durch. Über die Leber. Dass ihr erstmal zu Hause nachlesen könnt. Wofür ist die Leber eigentlich da? Was macht die eigentlich so alles? Außer Nährstoffe, Hormonhaushalt. Versucht die mal irgendwie in der Reihe und in der Reihe so zusammenzubringen. So. Da könnt ihr aber auch lesen, Entgiftungsfunktionen, Körper, Symptome, wann habe ich eine Leberschwäche. Und vielleicht findet ihr euch in einem der Symptome wieder. Die Leber produziert ja Verdauungssäfte und ist in Symbiose mit der Bauchspeicheldrüse. Und die spritzen sozusagen zusammen ein, um die Magensäure, die das Essen denaturiert, zersetzt hat, im Dünndarm wieder basisch zu machen. Wenn jetzt eine dieser Drüsen, Bauchspeicheldrüse oder Leber, nicht richtig funktioniert, haben wir ein Problem. Die Sachen werden nicht richtig denaturiert, die Nährstoffe kommen nicht raus und die Sachen kommen unverdauert durch unseren Darm. Es entsteht Gärung, Gärvollnis. Keine richtigen Fermentationsprozesse finden mehr statt. So. Wenn ich die Leber reinige und es entsteht mehr Leichtigkeit, dann ist es eigentlich ein guter Prozess, wo wir sagen, hey, die Drüsen funktionieren wieder, weil die Leber ist ein Riesenorgan und sie ist eine Drüse. Ja. Und diese ganzen Drüsen sind für unsere Entwicklung da. Und Leber und Galle, sagt man, ist Holzelement. Also, wenn ich jetzt ein Kreiskörper bin, müsst ihr euch vorstellen, hier in der Mitte steht das Wort ich, dann ist Leber, Galle, Holzelement. Magen, Milz, ist Erde, Element. Und dann gibt es noch Wasser und Metall, aber das braucht man jetzt nicht. So, Holzelement ist unsere Kraft. Holzelement ist unsere Feststellung, unsere Entscheidung und in die Abgrenzung zu gehen. Das ist die Galle. Die Galle sagt, nein, das passt mir jetzt nicht, ich lasse mir das nicht gefallen, ich zahle keine GEZ mehr, wir müssen alle zusammenhalten und die Sache endlich mal kippen. Wir wollen wieder einen Volksentscheid und wir wollen nicht mehr, dass die Frau Merkel keine Volksbefragung macht, sondern wir wollen, dass sie über uns entscheidet, wenn wir entschieden haben. Also eine dritte Wahlonne und wir treffen in Zukunft die Wahlen, so wie in der Schweiz. Dann gibt es keinen TTIP, dann gibt es keine anderen Fracking-Geschichten mehr in Deutschland. Wir hätten echt ein tolles Europa. Aber das machen wir nicht, weil wir alle voll sind in der Leber. Wir haben gar nicht den Mut dazu, das mal zu machen. Weil ja jeder nur so ein bisschen an sich denkt. Da sind wir wieder beim Ego. Unser kleines inneres Kind sagt, ich will mehr Schokolade wie der andere haben. So, aber unsere Leber ist dieses Organ, über das geht's. Das sind die Emotionen. Es geht nicht nur um Medizin und Essen und Trinken und Ausscheiden, sondern um Giftstoffe, sondern es geht um die Emotionen. Und das ist unsere Leber, das ist natürlich sehr klein zu sehen und unterhalb der Leber sitzt so die Gallenblase. Deswegen habt ihr das Manuskript von mir, da seht ihr auf der Rückseite die Leber und die Galle. Schaut euch die mal an. Da seht ihr, die Leber ist wie so ein kleines Labyrinth. Da seht ihr ganz viele kleine Gästchen und so weiter. Und stellt euch mal vor, die Leber ist euer Grundstück. Und ihr habt ein Grundstück, wo die Müllabfuhr nur einmal in der Woche kommt. So wie bei mir im Thüringer Wald. Ich kann einmal in der Woche eine Mülltonne rüberstellen. Bei den Sachen, die ich heute zu kaufen kriege, scheint es mir so, als ob es mehr Müll gibt, als die Müllabfuhrschaft abzufüllen. Ich muss ja irgendwas essen, also konsumiere ich mich ganz normal. Und die Müllabfuhr holt aber nur diese eine Mülltonne ab. Was macht ihr mit diesem Müll? Der nicht abgeholt wird. Wo packt ihr den hin auf eurem Grundstück? Los. Wo es keiner sieht. Also nicht an die Haustür, nicht davor, nicht ins Wohnzimmer, nicht im Keller. Da stinkt es. Also hoch an die Grundstücksgrenze. Durchblutungsstörung an den Händen, an den Füßen, damit geht es schon los. Bei den jungen Mädchen im Winter, da haben die eiskalte Finger. Die schieben das Blut vor, es kommt nicht vorne an, weil alles voller Schlacken ist. Das ist schon das erste Zeichen für Vergiftung, für Rückvergiftung. Stau von Körpergiften. Das Lymphsystem fängt ja auch schon an zu gelieren. Der Körper schafft es nicht mehr, die Sachen rauszubringen. Und genau so macht es unsere Leber. Die Leber besteht aus vier Leberlappen und diese Außenbereiche nimmt sie um diese ganzen Schleime, die durch unsere Kochkost entstehen, durch Transfettsäuren, alle erhitzen Fette zum Beispiel, durch diese ganzen Parfüme, die wir uns ransprühen, in die Drüsen, direkt ins Blut kommen die rein. Dieser ganzen Rasierschaum von den Männern, Gilette lässt grüßen. Die Männer haben hier ein ganz feines Drüsengewebe. Das ist innerhalb von zweihundertstel Sekunden ist dieser Schaum im Blut. Und wird da vom Körper natürlich sofort rausgezogen. Das gerinnt in der Leber, das wird fest, das schiliert sozusagen. Und der Körper hat keine Möglichkeit, das abzulagen. Er muss es irgendwo in die Galle oder in die Leber bringen. Und so verfetten wir, so verkleben wir. Die Allesesser, die essen wenigstens alles, da sagt man, die essen normal. Dann gibt es den Vegetarier, der lässt plötzlich das Fleisch weg, isst aber viel mehr Milchprodukte, verschleimt ja noch mehr. Plötzlich wird er vegan, dann lässt er plötzlich noch die Milchprodukte weg. Was ist da denn mehr? Mehr Brot, Brötchen, Backwaren, Kuchen, Nudeln, Reis, Stärkeprodukte und viele süße Früchte. Und dann kommen noch die Nüsse dazu und die Trockenfrüchte. Das heißt, der isst ja nur noch Kohlenhydrate. Der überzuckert ja total. Weil alles Fruktose, Glucose, Methyl, Alkohol in der Leber sozusagen zu einer fetten Leber wird. Das Ding wird hart, groß und verschleimt. So, dann wird er Rohköstler, jetzt isst er nur noch süße Früchte plötzlich und Nüsse, um sich zu befriedigen, damit er nicht mehr an das Brot denken muss. Ja, und dann kippt alles um. Dann wird er spitzgrau, Nierenbäckchen, Schwellen an, Rode, Flecken überall im Gesicht. Und das nennt sich dann Gesundheit. Ihr habt die Möglichkeit auf der Messe zu gucken. Ihr findet viele Rohköstler. Viele sehen gesund aus, aber viele nicht so. Ja? Dann sagt er sich, wenn das Gesundheit ist, dann würde ich das nicht machen. Das kann ich verstehen. Keiner hat den Rohköstlern gelernt. Es geht ums Gemüse, es geht um die Mineralien, nicht um die Vitamine. Vitamine haben wir genug, aber keine Mineralien. So. Und das ist schon das erste Problem bei der Moritz-Methode. Ein paar Leute kennen die, ein paar Leute nicht. Da gibt es eine Methode, die dauert so sieben Tage. Da wird Bittersalz genommen, um den Darm leer zu machen. Da leitet man die Leberreinigung ein mit Olivenöl und Grapefruitsaft. Das wird halt gemischt. Damit bringt man die Leber und die Galle zum Ausspülen der Sachen und so weiter. Und wir haben da dran rumgebaut, bis das Ding gepasst hat. Das erste Problem von den Kuren, überhaupt alle Leberreinigungen betrifft, ist, man kann keine Flaschensäfte trinken. Ja, der Moritz sagt, die Apfelsäure ist wichtig. Wir brauchen die, um die Gallengänge zu weiten, aufzuweichen. Und weil ja in den Äpfeln auch sehr viel Calcium drin ist und Magnesium. Und das braucht man ja sowieso, weil das alles schön dehnbar macht. Und man kann auch Apfelessig nehmen und so weiter. Sag ich, nee, kann man nicht. Es geht nur, wenn man frische Säfte nimmt. Frischgepresste. Flaschensäfte sind ja nicht roh. Die sind auf 150 Grad erhitzt. Da ist kein Mineral mehr drin. Also Mineralien vielleicht, aber keine Vitamine. Ja, nicht alle Mineralien tun sich bei der Hitze verändern. Aber die meisten Proteine gerinnen eben über 100 Grad. Und der Granny Smith, das ist der saure Zahnarztapfel, den nehmen wir für die Leberreinigung. Weil diese Säure die einzige ist, die es schafft, das so zu weichen. Bioqualität oder im Edeka gibt es auch den Granny Smith zu kaufen. Von der Firma Sanluka, der ist auch nicht gespritzt, der hat auch keine Wachsschicht außen dran. Oder von der Firma Südtirol. Ja, weil die Meter kriege ich auch nicht in den Seminaren in Haselbochen. Und wir brauchen ja Tonnen an Äpfeln, die wir da mal auspressen. So, deswegen mal kurz angesprochen. Also ein Apfel ist sauer. Der wird basisch verstoffwechselt. Wenn der Apfel jetzt erhitzt wird, dann bleibt er sauer in der Verstoffwechselung. Hat pH 4. Unser Blut hat pH 7, also 6,365. Ne, 7,365 hat unser pH-Wert unseres Blutes. Und es muss immer so sein. Wenn ich jetzt pH 4 in den Körper ballere, literweise, was passiert? Wo nimmt sich der Körper die Basen her, um die zu neutralisieren? Haut, Haare, Nägel, Knochen, Zähne, Bindegewebe, Fas, den Muskeln. Ihr werdet steif und immer steifer. Bei der Vorbeuge kommt dann irgendwann nicht mehr runter. Wenn dann knackt es hinten. Ja, das sind alles so Degenerationserscheinungen im 21. Jahrhundert. Nehmt es mir nicht übel. Ich bin da mal so ein bisschen überschwänglich. Verletzt euch bitte nicht durch meine Worte. Falls einer nicht runterkommt. So, das heißt, der Körper muss jetzt 4, 5, 6, 7. Er muss 3 pH-Stufen hoch. Das sind 10, 100, das sind 1000 Mal mehr Mineralien, die gelöst werden müssen. Damit der Apfel verdaut werden kann. Und das raubt euch die Kraft. Die sollte in der Leberreinigung mit Flaschensäften vorher alles schön geweicht werden. Deswegen nehmen wir frische Säfte. Und die Säfte schmecken gut. Die sehen nicht nur gut aus, die haben nicht nur eine tolle Farbe, wie zum Beispiel der. Seht ihr diesen weißen Rand hier unten? Wisst ihr, was das ist? Massen an Magnesium und Calcium. Das ist genau das, was wir für die Leberreinigung brauchen. Und diese Mineralien setzen sich nach unten etwas ab. Die mischt man dann durch. So, wir machen die Säfte also als 70% Granny Smith, frisch gepresst mit einer Rohkostmaschine, langsam ausgepresst und das gehört dazu. Ich muss euch das sagen, wenn ihr Leberreinigen nach Moritz macht und macht die frischen Säfte nicht, ihr geht Mineralarme aus dieser Leberreinigung raus. Wenn ihr die Sachen wiederholt, kriegt ihr immer mehr dunkle Augenringe, immer geschwolleneres Lymphsystem, das endokrine System schwillt immer mehr an, irgendwann kommen die Darmfalten dazu, die Stressfalten entstehen, weil die Leber einfach nicht die Stoffe hat, die sie braucht, die Kraft sozusagen, und die Sache geht nach hinten los. Ihr habt zwar gereinigt, die funktioniert auch, die ist gar nicht so schlecht, die Kur von Moritz, aber ihr werdet längerfristig davon degenerieren und krank werden. Obwohl die Leberreinigung von Moritz euch erstmal in die Gesundheit getragen hat. Weil ihr vielleicht dadurch Schleime losgeworden seid, ihr Entzündungsherde zurückgehen und der Körper in einem bestimmten anderen Bereich in Selbstheilungsprozesse geht, werdet ihr die Mineraldichte aus euren Knochen, aus euren Sehnen, aus euren Faszien und aus der Haut verlieren. Ihr werdet alt. Und das wollen wir nicht machen, wir wollen nach der Leberreinigung strahlen, wir wollen leuchten, wir wollen fit sein. Da müssen wir was von Energie merken. Das Augeneiweiß soll wieder heller werden, dass die Leute sagen, ey, was hast denn du gemacht? Am Freitag sahst du ganz anders auf. Und jetzt? Ja, ich habe eine Reinigung gemacht. Wie eine Reinigung? Gibt es doch nicht. Guck doch ins Internet, die Ärzte erzählen, es gibt keine Giftstoffe. Ich habe jede Menge Giftstoffe zu Hause. Ich habe die Klos immer voll, wenn wir die ausscheiden, ich weiß immer gar nicht hin mit dem Sondermüll. Ja, Tüten voll hauen die Leute die Sachen raus. Ich hatte ein 23-jähriges Mädchen, die hat ein halbes Kilo ausgeschieden in der Leberreinigungsnacht. Das war bis jetzt Tagessieger. Ja, da gibt es manchmal so einen Tagessieger. Aber wir machen eben frische Säfte. Und da haben wir gesagt, 70% Granny Smith und der Rest kann ein Wurzelgemüse sein, was ihr findet. Aber denkt bitte an die Mineralien. Fenchel, sehr gut. Zucchini, bombastisch, enthält ganz viele Mineralien. Die Gurke, macht die Sache frisch und leicht. Wir haben die Möhre. Für was ist die Möhre da? Wir brauchen nur hier reingucken. Ja, die Möhre zeigt euch das schon, dass sie gut ist für die Augen. Da weiß man schon, ohne studiert zu haben, dass da viel Vitamin A drin ist. Weil Vitamin A ist gut für die Augen, das zeigt euch die. So, Pastinage, Petersilienwurzel. Wofür ist die gut? Auch fürs Auge, super. Was haben wir denn noch? Süßkartoffel. Gibt Stärke, gibt Kraft. Die kann man roh essen, die muss man nicht tot kochen. Jedes Mal, ne? Frisch mit in den Saft reingepresst. Da ist zwar keine Flüssigkeit drin, aber der Saft von den Äpfeln Stück für Stück presst doch die Mineralien hier mit raus. Und damit erhöhen wir diese Dichte. Rote Beete zum Beispiel, mega nährstoffreich, aber eigentlich die Knolle ist gar nicht so wertvoll, weil man hat herausgefunden, dass das Grün, die Stängel und die Blätter viel wertvoller sind. Man hat mal verglichen, die Knolle und das Grün der roten Beete, bei 100 Gramm jeweils, wie viele Nährstoffe stecken da drin? Und da hat man bei der Knolle geguckt, Vitamin, nehmen wir mal A, haben wir gerade dabei. A ist nicht nur für die Augen gut, sondern A ist für das A. Ah, die sieht aber gut aus, auch die gefällt mir. Die ist frisch, die ist knackig. Nicht nur schöne Haare, schöne Haut, schöne Nägel, sondern Jugendlichkeit. Alterungsgeschichten. Vitamin A, ganz wichtig, hält euch auf Trab. Und da sind bei 100 Gramm nur einen Wert von 33 drin. Aber in den Grün, ich habe es nicht dabei heute, unsere im Garten, wir sind noch nicht so weit, das Grün hat einen Wert von 3626. Beim Calcium hat die einen Wert von 70 und das Grün hat einen Wert von 625. Wisst ihr, wie viel weniger ihr von dem Grün braucht, an Säften zu trinken, um die gleichen Nährstoffe zu haben, die hier nicht mehr drin sind, die aber früher mal drin waren? Weil einfach die Felder leergeräubert sind, ihr kriegt nicht genug Nährstoffe ran. Ihr könnt nicht sagen, ich esse jetzt einen Apfel, esse eine Gurke und eine Tomate und habe meine Nährstoffe, das funktioniert nicht. Ihr müsst mehr essen davon, das schafft aber eure Verdauung nicht, weil die Faser euch hindert. Also trennen wir die Faser vom Saft in der Leberreinigung, kolloidale Mineralien. Ich habe 10 mal mehr Mineralien bei Nullverdauungsenergie und die können in mir arbeiten und ich kann meinen Beruf machen. Ich merke also von dieser Leberreinigung nicht so viel am Anfang. Was könnt ihr noch nehmen? Stangensellerie zum Beispiel. Der ist gut für den Kopf, wer sich nichts mehr merken kann, sich alles aufschreiben muss. Wer das nie schaffen würde, so schnell zu reden. Stangensellerie. Der ist gut für den Kopf oder Romischbutter, aber das ist halt nichts für die Veganer. Was nehmen wir noch? Topinambur. Ist sehr gut, sehr stärkebringend. Und Ingwer eben zum Entkeimen oder zum Haltbarmachen. Und wir nehmen frischen Kurkuma. Kennt ihr frischen Kurkuma? Ja, manche nicht. Hier, bitte mal greifen. Mal durchgehen lassen. Riecht mal bitte daran, dass ihr die Energie spüren könnt. So, ich komme gleich wieder ins Bild. Dass ihr mal die Energie spüren könnt von frischem Kurkuma. Und diese Säfte trinken wir zweieinhalb Tage lang. Frische Säfte. So lange, bis die Verdauung steht. Es wird nichts gegessen, die Säfte werden frisch ausgesiebt und das ist ganz wichtig. Weil jede Fruchtfaser, die größer ist wie von einer Orange oder einer Grapefruit oder einer Zitrone, würde die Verdauung wieder aktivieren. Der Körper denkt immer, da kommt wieder Nahrung, mache ich weiter. So, und diese Säfte davon trinken wir bei uns in Haselbach oder in Spanien oder in Thailand, trinken wir immer ungefähr zwei Liter pro Tag, die man nicht trinken muss. Aber wir stellen sie den Leuten hin. Jeder kriegt zwei Krüge. Die stellt er sich über den Tag verteilt hin und kann die trinken. Wir machen aber zwei Pressungen, weil die Säfte halten sich immer nur sechs Stunden. Nach sechs Stunden sind die energetisch tot. Deswegen, wir pressen zweimal, einmal früh bis um zwei und einmal um zwei bis abends um 19 Uhr. Nach 19 Uhr bitte keine Säfte mehr trinken. Die Verdauung funktioniert dann nicht mehr, die kommt in Stillstand. Die Sachen sind sauer vorher, werden basisch verstoffwechselt. Aber wenn keine Verstoffwechselung stattfindet, bleibt es sauer und ihr habt am nächsten Morgen einen riesen Blähbauch. Also trinkt die zwei Liter, wenn ihr es schafft, wenn nicht weniger. Trinkt aber mindestens zwei Liter Wasser dazu. Saft und Wasser muss ich die Waage geben. Wenn ihr keine vier Liter am Tag schafft, dann trinkt nur ein Liter Saft. Aber trinkt dafür zwei Liter Wasser. Die Mineralien von den Säften, die binden die Gifte. Und ihr braucht ja was, was die Gifte transportiert zu den Ausscheidungsorganen mit eurer Bewegung bei der Wanderung oder bei der Arbeit. Manche schwitzen ja auch bei der Arbeit. Eben die Sachen rausholen. Und damit wir mehr Gifte lösen, pressen wir bei uns im Thüringer Wald frische Grassäfte aus. Jeden Morgen, manchmal auch mittags. So kleine Detox-Schuhs hier in dieser Größe. Aus frisch gepresstem Dingel, Gersten, Weizengras oder die Wildkräuter, die jetzt bei uns wieder anfangen zu wachsen. Vogelmiere, Bärwurz ist die bestentgiftendste Leberpflanze. Der entschleimt die Leber. Ist auch gut beim Topflinger Hannen. Wenn die Männer den Urin nicht mehr halten können. Da ist sehr gut, Bärwurz sich zu kaufen in der Apotheke. Und das als Tee oder als Saft immer zu trinken. Und damit bringen wir die Leute A in eine super Entgiftung durch das Chlorophyll des frischen Grases. Das hat nämlich die gleiche molekulare Aufbaustruktur wie euer Blut. Und das löst die Gifte. Die Mineralien von den Säften halten die Leute stabil, dass sie arbeiten können, weil sie die Kraft haben, das zu binden. Und das frische, gefilterte oder basische Wasser oder Lauretaner Wasser oder San-Leonard-Flaschenwasser, bitte kein Leitungswasser, macht die Sache rund. Entgiften, Binden, Ausscheiden. Das sollten wir vorher machen. Dass mehr Mineralien übrig bleiben und deswegen diese frischen Säfte. Ist der Saft nicht auch dazu da, um die Steine zu lösen, die eventuell in der Leberstein gelandet sind? Dazu kommen wir jetzt. Der Saft soll eben aufgrund der hohen Mineralien erstmal alles weich machen, gebärfähig machen sozusagen. Dass die Gallengänge aufgehen, die Organe zu weichen, die Leber, das Blut, die Arterien, das klingt alles mit zusammen. Auch in der Leberrein ist das Arterien-System, weil ihr sehr heiß werdet in der Ausstellungsnacht. Aber das Magnesium und das Calcium aus diesen gesamten Mengen, in der großen Masse, schafft es natürlich hier Leberschleime zu lösen, Gallensteine zu zersprengen sozusagen. Aber da gehören dann die Tees noch dazu, da komme ich gleich dazu. Und das als Vorbereitung eben zur Energetisierung zu benutzen. Mit Flaschensäften habt ihr das nicht, der Körper braucht seine eigenen. Ihr könnt nie so viel ausscheiden, wenn ihr Flaschensäfte nehmt als frische Säfte. Okay. Wer verträgt denn das nicht? Wer verträgt denn das Gras nicht? Hat jemand schon mal das getrunken? Wer verträgt das nicht? Also ich kenne jemanden, der hat einen Einschlupf und das braucht. Weißt du, was der braucht? Der braucht einen Shiatsu-Therapeuten. Einen Shiatsu-Therapeuten. Das ist immer ein mentales Thema. Der Körper würde niemals das Chlorophyll ablehnen. Das sage ich euch. Denn es hat die gleiche molekulare Aufbaustruktur wie euer Blut. Und wenn der sich wehrt, dann wehrt sich hier was anderes. Eine kleine Egosperre, ein inneres Kind. Und der, du trinkst, der Geist hat sich bei uns angemeldet in der Leberreinigung. Dann trinken sie den ersten Grassaft. Auf einmal werden sie kreidebleich, manchmal grün auf einer Seite. Dann gehen sie ins Klo, brechen. Ich kann nicht mehr. Ich vertrag die Säfte nicht. Stehen sie dann so da. So Opferrolle. So. Schultern an der Pfanne, leichter Buckel. Dann sage ich, nee, wir machen jetzt weiter. Nee, ich kann nicht mehr. Dann sage ich, warum nicht? Ich sage, hier ist irgendwie, mach zu, jetzt kommt sofort wieder raus. Sag ich, ja, du willst es gar nicht, oder? Hast du Wut? Was ist denn für ein Thema gerade? Äh, guck mich an, die wissen nichts in dem Moment. Aber ich habe eine Scherzotherapeutin und wir haben die Ausbildung auch dazu. Da sehen wir ganz genau, dass in dem Moment ein ganz anderes Wesen spricht. So ein richtig kleiner, bockiger Kind, Zwerg, in einer erwachsenen Hülle. Der dich anguckt durch seine Augen. Und da haben wir die Scherzotherapie, die Leute kriegen dann eine Behandlung über die Muskeln, über die Fasten, über den Schmerzkörper, um diese Wutthemen mal rauszulassen. Damit der Kunde erstmal weiß, was ist denn da eigentlich in mir los? Das sind so die Verletzungen, diese Sperren. Denn wir sind ja bis zum zehnten Lebensjahr, sind wir Kinder. Da entscheiden wir über den Gefühlskörper. Da entscheiden wir alles über den Bauch heraus. Und dann kommen wir in die Schule und dann werden wir in den Verstandskörper hineingepresst. Zwölf Jahre, dann entscheidet ihr nach dem Verstand. Wirtschaftlich, wo kommt mehr dabei raus? Was gefällt meinen Eltern? Wo kriege ich eine bessere Note? Das sind auch immer die gleichen Schemen und die ladet ihr später ab. Wenn ihr dann wirklich was trinkt, was aber euren Herzkörper anspricht und sich durch dieses Holzbrett hier durchbohrt, dann kommen die alten Themen, die Verletzungen der kleinen Kinder, die Misshandlungen, die fehlende Entwicklung, die Vaterthemen, die Mutterthemen, die Kriegsgeschichte vom Opa zum Beispiel. Da kommen die ganzen alten epigenetischen Geschichten hervor. Die hängen in uns drin. Wir können nicht sagen, wir haben die Kriegsgeschichte verdaut, weil meine Generation jetzt, eben Baujahr 81, die Sachen noch auflöst. Wir haben es gerade geschafft. Wir sind gerade durch damit. Fangen die schon wieder an mit dem Dritten. Wie wenn die vorhaben, dass wir uns nie als Menschen wirklich entwickeln können. Versuchen die jedes Mal, diese Grausamkeit hervorzubringen. Das betrifft euch aber nicht, wenn ihr gereinigt seid. Dann seid ihr fit, dann könnt ihr auch laufen. Dann gibt es Kriege und keiner geht hin. Wäre doch mal ein tolles Thema, oder? Keiner hat Bock mehr darauf heutzutage. Für die schon gar nicht, für die Amerikaner und verrückte anderen. Aber es ist so, wenn ihr fit seid, dann findet ihr mehr Lösungen in den Problemen. Und darum geht es. Wir brauchen schnelle Lösungen und nicht nur immer jammern. Also mit einer Rohkostmaschine, der, wie heißt der, Omega Chooser. Bei Keimling ist es eigentlich die beste Maschine, weil sie günstig ist. Sie ist leicht zu reinigen, leicht aufzubauen. Sie ist schick. Die Greenster ist zu schwer, zu groß, zu pumpig. Du kannst nicht so viel mit auspressen. Und es ist schwer zu reinigen. Ihr braucht ein leichtes Gerät. Das muss alles schnell gehen. Wir haben doch keine Zeit. Und die Leberreinigung sollt ihr in Zukunft machen, ohne dass ihr Urlaub nehmen müsst. Ihr fangt am Donnerstag an. Ihr seid am Sonntag fertig. Und am Monat geht ihr wieder auf die Arbeit. Die ersten zwei Tage sind die Safttage. Drei Tage, habe ich gesagt, trinken wir Säfte. Also bis Samstagmittag sozusagen. Und abends leiten wir dann die Leberreinigung ein. Okay. Aber wir waren ja jetzt noch, wo waren wir jetzt eigentlich? Bei den Säften. Darf ich nochmal ganz kurz fragen, wie in den ersten, wie in den Weizen, in den Gras, in den Graselten. Kann man da, meine Frage war, ob man da eventuell auch das getrocknete, das gibt doch so getrocknet. Ja und nein. Also guck her, wir pressen die Sachen aus. Wir trennen den Saft von der Faser. Weil ich kann das nicht verdauen. Ich bin keine Kuh, ich bin kein Pferd, ich habe keine Mehrfachmelgen. Ich brauche den Saft sozusagen. Das Chlorophyll. Und ich brauche das alles hier, um so ein kleines Glas hier auszupressen. Ja? Brauche ich das. Also, das heißt, die Faser ist ungeeignet. In der Leberreinigung sowieso. Nee, aber es gibt doch auch den Saft. Es gibt den Saft, Graspulver. Und das kannst du nehmen. Weil, wenn zum Beispiel jemand auf diese Grassefte frisch reagiert, dann kann er das Pulver nehmen. Da reagiert er nämlich nicht drauf. Weil ein Teil der Schwingungsenergie weg ist. Ja? Die kristalline Struktur ist nicht mehr ganz so schön. Deswegen reagiert unser Ego nicht so sehr drauf. Was ihr aber auch nehmen könnt, sind zum Beispiel die Heidelberger Kräuter. Kennt ihr die? Bertrand Heidelberger, 18. Jahrhundert. Der war nicht so klug, aber doch, der war klug. Der hat einfach herausgefunden, warum verschleimen die Leute so sehr. Weil die Drüsen die Giftstoffe ausscheiden. Wir schlucken diese Giftstoffe wieder runter. Und die kommen dann über den Magen ins Blut. Und die Bluttemperatur sinkt sich. Und der pH-Wert des Blutes senkt sich. Und dadurch vergiften wir ständig. Ständige Rückvergiftung. Und diese Heidelberger Kräuter, die wachsen in jedem Garten. Anis, Kümmel, Fenchel, Wermut, Schafgarbe, Bibernelle, Wacholter. Binden diese Gifte. Ihr könnt es lutschen. Ihr könnt es als leichten Teeaufguss nehmen. Ist super geeignet, wenn man die Sachen nicht verdrängt. Man kommt also auch ohne Scherzotherapeuten durch die Leberreinigung. Man muss es nur mal gehört haben, dass sowas auftreten kann. Dass zum Beispiel dieses Blutthema Rot-Eisen eben im Körper Loslassen erzeugt. Und wenn der Körper nicht loslassen kann, entsteht eine Sperre. Und dann kotzt er oder kriegt Durchfall hinten raus. Versteht ihr das? Deswegen, manche müssen die rote Beete eben weglassen, um dieses Thema gar nicht erstmal anzusprechen. Wir pressen den Leuten dann manchmal einfach die nicht mit aus und sagen, hey, trink die Säfte grün. Oder machen mehr Möhre rein, dann sind sie süßer, aber lassen die rote Beete eben weg. Vergewaltigungen zum Beispiel zeigen sich immer in Reaktion mit rote Beete. Misshandlungen als Kinder zum Beispiel. Jungs, die beschnitten wurden in der Kirche. Diese Opfergaben zum Beispiel, wo die vor Ort abgeschnitten wurden. Zeigt sich durch rote Beete zum Beispiel. Da ist ein Thema ausgelöst. Und jede Frucht zeigt euch ja welches Organ. Die Tomate zum Beispiel, Herz. Die ist fürs Herzgut. Die Maracuja zum Beispiel fürs Gehirn. Sehr viel Vitamin C. Ist doch schon klar. Da brauchen wir nur mal durchschnitten. Das sieht aus wie Gehirn. Ja, das ist gut fürs Gehirn. Da sind die Nährstoffe drin, die unser Gehirn braucht. Also das mal angesprochen. Wir haben leider die Zeit nicht. Ich kann nicht aufs Chlorophyllgröße eingehen. Okay. Die Säfte drei Tage trinken. Donnerstag zwei Liter. Freitag zwei Liter. Und Samstag bis Mittag. Früh und abends an den ganzen Tagen trinken. Und dann trinken wir immer die Säfte. Oh Gott. Das ist gut.